Heute mache ich ein kleines kurzes Video über diesen Schlüssel. Den habe ich mir aus China bestellt. Sieht ja im Endeffekt aus wie ein ganz normaler Schlüssel. Aber hier kann man ihn an der Seite laden. Dann hat man da für eine MicroSD-Karte ein Fach. Und wenn man ihn dann zumacht, dann hat man hier vorne eine Spycam drin. Ich werde euch ein paar Fotos und Videos, werde ich euch hinter das Video schneiden. Und dann könnt ihr mal sehen, ich weiß nicht, ich finde die Qualität nicht sonderlich gut, um ehrlich zu sein. Aber dieser Schlüssel hat halt auch nur, keine Ahnung, 4 Euro gekostet. Aber ob man das Geld ausgeben muss, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, erstmal, jetzt schon. Und ihr könnt gerne mal Videos kommentieren, abonnieren oder mir einen Daumen da lassen oder auch nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wie gesagt, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020